Dieses Plakat erschien 1947 in den Niederlanden. In großen Lettern steht als Überschrift die Warnung geschrieben, es schwelt noch. Das glühende Streichholz mit dem Wort Faschismus unterstreicht diese Aussage. Am unteren Rand des Plakats wird die Rettung vor dieser Gefahr versprochen. Als Retter präsentiert sich eine Partei, die sich 1946 gründete. Die Partei der Arbeit. Sie wollte ein Wiedererstarken des Faschismus in den Niederlanden unmöglich machen. Zudem strebte sie die Überwindung des traditionellen Konflikts, der die Gesellschaft vor dem Krieg geprägt hatte, an. Historiker und Sozialwissenschaftler bezeichnen diese Spaltung als Versäulung, die Spaltung des Landes in eine protestantische, eine katholische, eine sozialistische und eine allgemeine Säule.